Ich lerne Deutsch Nummer 5546 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Töpfer können ihre eigenen Ideen und Kreativität ausleben und einzigartige Objekte herstellen. Gemeinsam gehen wir zur Plattform des Eiffelturms und schauen uns Paris von oben an. Ich bereite Smoothies zu. Möchtest du ein Glas trinken? Ich bereite Smoothies zu. Möchtest du ein Glas trinken? Dehnübungen sind vor und nach dem Sport wichtig für Muskeln und Sehnen. Dehnübungen sind vor und nach dem Sport wichtig für Muskeln und Sehnen. Erzieherinnen brauchen viel Einfühlungsvermögen, Geduld und Kreativität. Erzieherinnen brauchen viel Einfühlungsvermögen, Geduld und Kreativität. Ich kann Ihnen diesen schönen Kürbis für nur 5 Euro verkaufen. Ich kann Ihnen diesen schönen Kürbis für nur 5 Euro verkaufen. Ich kann Ihnen diesen schönen Kürbis für nur 5 Euro verkaufen. In einem sonnigen Garten der Ruhe findet die Seele Frieden. Ich schaue mir die Präsentation noch einmal an. Möglicherweise muss ich weitere Änderungen vornehmen. Ich schaue mir die Präsentation noch einmal an. Möglicherweise muss ich weitere Änderungen vornehmen. Ich schaue mir die Präsentation noch einmal an. Möglicherweise muss ich weitere Änderungen vornehmen. Als wir im Urlaub waren, hatten wir ein Haus mit Garten. Als wir im Urlaub waren, hatten wir ein Haus mit Garten. Der Garten führte direkt zum Meer. Mama nimmt mich mit. Wir paddeln auf dem See. Mama nimmt mich mit. Wir paddeln auf dem See. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich schaue mir die Aufmerksamkeit. 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 Ich schaue mir die Aufmerksamkeit.